Wenn die Schmerzmittelsucht richtig kickt. Nein, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, Schmerzmittelsüchtig bin ich nicht, aber ich habe mir den Arm am Dienstag angebrochen. Ich bin etwas ausgerutscht, Schnee, Glätte, Eis, kennt man. Unangenehm, sehr unangenehm. Ich hatte am Montag ein Tutorial vorbereitet, was ich dann am Dienstag aufnehmen wollte. Ja, wie soll ich sagen, ich war dann im Krankenhaus statt zu Hause vorm PC. War etwas unangenehm. Egal. Gut, Tutorials werden sich ein bisschen verschieben, logischerweise. Mit einem Arm nimmt sich das extrem unangenehm auf. Ich wollte vor allem JavaScript-Tutorials machen, da muss man viel tippen, mit einer Hand tippen. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, das dauert ewig, dann müsste ich das extrem zusammencutten, dann das Video, damit das nicht zu lang wird. Und das wäre alles viel zu viel Zeit für mich und auch unangenehm und wir lassen das lieber. Stattdessen werde ich morgen und übermorgen, also Samstag und Sonntag um 21 Uhr Vampire's Dawn streamen. Dazu brauche ich nur eine Hand, meine rechte. Meine rechten Arm brauche ich dafür nur. Den linken Arm kann ich dann hier in der Beuge lassen. Und hoffe, dass alles glatt geht. Kann auch sein, dass ich zwischendurch mal meinen linken Arm bewege und vor Schmerzen stöhne, aber das werde ich zu vermeiden wissen. Gut, dann noch eine zweite Nachricht von mir. Der Steam-Sale, der Luna-Sale bzw. die Steam-Aktion zum neuen Mondjahr ist gestartet. Und da sind natürlich die RPG-Maker. Jetzt könnt ihr mal kurz gucken, wie schnell ich tippe mit einer Hand. Maker, genau. Die RPG-Maker sind dementsprechend dann auch alle im Angebot. Ja, ich habe natürlich alle in Bibliothek, in Bibliothek, in Bibliothek, in Bibliothek. Ist alles schon in Bibliothek bei mir? Habe ich natürlich alle schon. Aber ihr könnt natürlich zuschlagen, wenn ihr das möchtet. Der RPG-Maker MV für 18,50 Euro ist okay. Kann man machen. Man kann auch beide MV und MV im Paket kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Hier, RPG-Maker MV Cross-MZ-Bundle. Ist ziemlich praktisch, weil der RPG-Maker MV und der MZ, die haben nicht ganz die gleichen Grafiken. Kann man ein bisschen kombinieren, weil es auch ein sehr ähnlicher Grafikstil ist. Kann man ein bisschen kombinieren. Ist ziemlich cool. Aber man kann natürlich auch einfach nur einkaufen. Reicht ja auch eigentlich im Großen und Ganzen zu. Gut, dann noch andere RPG-Maker sind im Angebot. Also wenn man richtig low-budget rangeht und man gar kein Geld hat für RPG-Maker oder so, kann man auch einfach mal hier den XP zum Beispiel für 2,30 Euro. Das ist nur echt kein Ding. Das ist nur wirklich kein Ding. Kann man kaufen. Oder auch gut ist der Ace. Ist gut. Also XP, Ace ist gut. MZ, MV, alles gut. Definitiv. Wenn Geld gar keine Rolle spielt, definitiv MZ. Und wenn Geld überhaupt, überhaupt, überhaupt gar keine Rolle spielt, würde ich MV und MZ einfach beide kaufen. Die Grafiken ein bisschen mischen. Kann man auf jeden Fall viel mitmachen. Gut. Das ist so meine Empfehlung. Dann, ja, habe ich noch andere Empfehlungen wie hier. To the Moon. Weiß ich gar nicht. Ist das gerade im Angebot? To the Moon. Mit einer Hand tippen. Ich hasse mein Leben. To the Moon. 2,70 Euro. Definitiv im Angebot. Das kostet normalerweise mehr. Kann ich auch empfehlen. RPG-Maker-Spiel. Ja, genau. Normalerweise kostet es 8 Euro. Wunderbar. Kann ich definitiv empfehlen. To the Moon. Haben auch viele meiner Freunde tatsächlich hier. Zwölf Freunde haben das hier. Wie zum Beispiel Itai. Hallo Itai. Cool. Einer meiner Zuschauer. Hat das Michaels hier mit seinem traurigen Gesicht. Passt super zum Spiel. Hallo Michaels. Ja, hier. Diabal. Ja, sogar Speedy hat das. Sogar online. Hallo Speedy. Nein, Spaß. Nein, auf jeden Fall. Hier in der Fatari hat das auch. Auf jeden Fall. Viele Leute haben das Spiel und spielen das Spiel auch sehr gerne, denke ich mal. Und für 2,70 Euro, da kann man nichts verkehrt machen. Gibt es, glaube ich, auch ein Bundle oder gab es mal? Ja, genau. Hier das Bundle. Wo man mehrere Spiele gleich bekommt. Habe ich sogar gekauft. Ich habe alle 8 Artikel im Einkaufswagen. Warum dauert das Laden gerade so lange? Keine Ahnung. Egal. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal zuschlagen. Ist keine Werbung. Ich kriege dafür kein Geld. Ich kriege dafür kein Geld für die Werbung hier für Steam. Könnt ihr mal bei Steam reingucken. To the Moon kann man auf jeden Fall wirklich hier. Finding Paradise und so die ganzen anderen Spiele. A Bird Story kann man zuschlagen. Warum lädt denn das gerade so lange? Das ist ja echt komisch. Ist egal. Vielleicht ist Steam überlastet. Ist egal. Klicken wir es weg. Spielt keine Rolle. Gut. Tutorials die Woche nicht. Nächste Woche auf gar keinen Fall. Und ich denke mal die Woche darauf wahrscheinlich auch nicht. Extrem ärgerlich. Aber ich muss gucken. Wie mein Arm verheilt. Angebrochen. Nicht durchgebrochen. Willst du mal gucken. Und ja. Vampire's Dawn wird auf jeden Fall weitergehen. Brauche ich nur eine Hand für. Ist lässig. Vielleicht streame ich da auch mal unter der Woche. Jetzt bin ich ja zu Hause. Nicht auf Arbeit. Auch wenn es unplanmäßig war. Vielleicht streame ich mal auch mal unter der Woche. Mal gucken wie ich Lust und Zeit habe. Kündige ich aber vorher auf jeden Fall an. Könnt ihr mal in die Kommentare hier schreiben. Ob ihr auch unter der Woche mal Zeit habt. und Lust habt. Wäre cool. Aber wahrscheinlich guckt ihr das Video hier gerade gar nicht so lange. Also sag ich Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal. Das war's.